Hallo meine Freunde, Willkommen wieder zurück hier beim Train Fail Simulator. Weiterhin nach Köln unterwegs, vor Koblenz immer noch raus, wir sind mittlerweile an Station oder an Punkt Nummer 10, 17 haben wir noch vor uns. Jetzt haut uns die PZW nicht mehr raus, vielleicht, gerade am Augen korrigieren, wenn das zwei was blinkt hier, denkt immer dran, es ist immer noch ein Stück, wo ich das hier gerade aufnehme. Deswegen, falls ihr Kommentare dazu hinterlassen habt, das kann ich dann erst später lesen bzw. umsetzen. Ich gehe dann eher davon aus, wenn das zwei rechts blinken, ist es maximal 45, wenn die anderen zwei blinken, whatever. Ich sage, diese Technik verkompliziert das alles, oder? Ja. Meine Meinung war darüber, also weniger Technik, das ist aber unkomplizierter ist es eigentlich, weil wenn grün ist es grün. Oh, naja, das wäre ja dann so einfach. Jetzt wissen Sie aber auf jeden Fall, warum das Stufe 4 ist als Schwierigkeitsgrad. Es ist nicht die Strecke, es sind nicht die Beschilderungen oder die Signale, nein, es ist die Soundboard-Technik hier. Oder wenn wir das Szenario ohne PZP hier fahren, nur mit Sifa, dann ist das ein Vergnügen. Dann hält man sich an die Geschwindigkeit, die auf der Strecke vorgegeben sind und der andere hat gerade 60, fährt 60, es gibt kein Problem. Aber nein, es steht 60 da und PZP ist auch der WMH 45, hast 47 drauf, Zwangsbremse. Weg 2 km ab und, dass man einfach mal kurz hinweist, Achtung, 45 oder so, nein, Zwangsbremsung, dass die ganze Karre steht und hier drinnen im Hubkonzert losgeht, soll was gleich. Eieiei, wir werden jetzt nicht hier 20 erwartet, 20 sollten wir eigentlich schon bei 15 sein, das verschiebt sich alles um, ja, gefühlte 10 Minuten, 15 Minuten. Gucken, ob ich jetzt durch den Bahn, ob man Probleme durchfahren kann oder ob da die PZP auch wieder sagt, kann es mir ja fast vorstellen. Was ist die Verspellen, die wir hier mittlerweile drauf haben, sind sowieso keine Signale mehr rot, weil der Zoom über alle Berge ist, der vor uns war. Und noch blinkt auch nichts auf dem Display. Ich denke, ich schlage mal stark noch mal raus, dass das jetzt hier in Ordnung ist, was wir machen. Jetzt haben wir noch mal so minus 2.000, 3.000 Punkte gutgeschrieben. Ja, noch mal minus 2.400 Punkte, machen wir noch nicht genauer. Ah, die Technik, die Technik, die Technik, die Technik, die Technik, die Technik. Schlecht, schlecht, schlecht. So, wie auch ein Blitz. Ich habe mir allgemein über Train Simulator schon etliche Tourals angeguckt, ich weiß gar nicht, wie der Kanal hieß, der war auch noch relativ klein. Er hat sich aber halt nur mit Train Simulator beschäftigt, das ist nicht Rob, aber es ist ja mittlerweile auch relativ groß. Eigentlich hat er schon 20 km, aber Rob hat er mittlerweile schon 20 km nur mit Train Simulator bemerkt. Ja, das war irgendwie, keine Ahnung, was das für Kanal war, der hat sich halt auch mit diesen ganzen Signalanlagen auseinandergesetzt. Also wirklich nur um eine Signalart, also echt eine Tourals in 30, 45 Minuten und wirklich werden das Signal so drauf eingegangen. Ja, wenn das hier mit der Glühbirne dort und dann, wenn das da unten und wo ich mir denke, zum Beispiel wenn es so ein Signal kommt, achtet jetzt mal hier drauf, ja. Ja, ich habe jetzt so ein Signal, ich gucke jetzt mal so nach unten, na, da ist ja hier so ein so weiß-rot, so, ja, ich habe mir gedacht, gut, ist halt so. Hey, das hat eine Bedeutung, dieses weiß-rot angemaltet dort, und ach, der dicke Daum ist in die Dinge zu beachten. Also wie gesagt, wer hat Zugfahren, du, das wäre ein Lokführer, oder wie nennt man das, ein Lokführer, doch mal, ja, rein theoretisch in dem Assagen. Wie ist denn das heutzutage? Transport? Ne, wie werden Lokführer heute genannt? Zugsteuerer oder was? Zugbegleiter ist es ja nicht ohne. Ja, ihr wisst doch jedenfalls, was ich mit, also wer sowas, wer sowas macht, Respekt, weil wie gesagt, die Dinger hier zu fahren, ist mit der heutigen Technik kein Problem mehr. Aber alles zu kennen über Signale und über sämtlichen Scheiß, was es heutzutage gibt, na, viel Spaß, das auswendig zu lernen. Hört sich ja wahnsinnig, wenn du bei. Ei, 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 ei. So. Also mittlerweile bei 125 kmh, dass wir jetzt so irgendwie die verlorene Zeit hier noch aufholen können. Obwohl ich eigentlich nicht in Zweifel, dass wir das überhaupt noch können. Ne, das sollten ja, rein theoretisch sollten wir in vier Minuten am Ziel sein. Also in vier Minuten 13 km zurücklegen, das wird leider nichts. Aber wir haben nur noch den letzten Kilometer. Man muss es in den Sinne positiv sehen. An sich ja eigentlich, gerade all dem, eine schöne Strecke und eine schöne Fahrt. Wäre halt diese Tausende von, wäre halt diese Tausende von Zwangsbremsung hier nicht noch mit dabei gewesen. Also gut, hat er gerade bestätigt. Hoffentlich kommt jetzt ja nicht nochmal irgendwie sowas. Ich meine, gut, wenn ich jetzt das Vorsignal ankündige, ist ja jetzt kein Problem. Aber, oder bestätige, eher gesagt, ich ankündige. Aber als, dass die PZB, wenn sie da nicht wieder irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, das wäre mir da sehr ergeben. Ja, ich habe immer noch 24, kriege ich schon, ich habe den Temporrat drauf, da kann ich nicht machen, was ich will. Aber wir ziehen momentan auch noch mit 90 Ampere. So, Vorsignal, green. 27, 16, 15, ja gut, das ETA geht schon mal wieder runter. Wir haben uns erstmal am N15, 16, wo muss man da überhaupt noch? Dann irgendwo gut, mal schön, mal schön, mein Partner, mein Liegen. Halt sie an, gehöre, du, du fährst, dann klickst du richtig schnell. Okay, verstehe, wir sind noch über zwei andere Kämpfer drüber, oder wie, oder wie, oder was. So, verstehe, weil wir ein Kilometer sind, aber nur noch ein Kilometer sind, und die Zweige, wo wir dann noch drüber müssen, die müssen relativ nah aneinander liegen. So, wir müssen sie auch noch einstellen. Also, green. So, alles grün, Serja. Wir haben noch alle so viel Zeit verloren, da kann es ja noch grün sein. Jut, habt ihr schon gedrückt, manchmal kennt ihr das so, aber irgendwie, ne? Also, das Gefühl, die Züge hat nachher auf mich, dass ich durchgehe, weil ich die ganze Zeit nicht streng aufzukehre. So. Ja, wirklich geil, jetzt denkst du nochmal, wie das 1.200, wir haben ja noch nicht genau, wie das Gunker. Das betrifft ja jetzt auch mal wieder uns hier, das ist dieses komische Vorsignal. Ja, da kann ich irgendwie auf die Idee kommen, jetzt erst zu bremsen. Ah, da ist rot. Auf welchen Radius betrifft das das? Hier hat er, hier hat er auch schon wieder Ruhe. Aber es ist maximal 100, oder? Sogar eine Geschwindigkeitsübertretung hier drin. Im RBI 5 sollte ich jetzt nicht bremsen, weil das ist dann wieder automatisch eine Dingsbremsung. Da ist mir die Minuspunkte jetzt eh relativ egal, ist. Ich störe die 300 jetzt auch nicht mehr. Dynamisch ist ja noch zu 100% aktiv und die sofort, so passt ja eigentlich immer nur alles. Und nach vorne sollen wir anhalten, jetzt sehe ich das richtig. 2 Kilometer. Bremszwangsung, Signal, Vorsignal nicht bestätigt. Es gab kein Vorsignal. Ich werde mich jetzt verarschen. Wo gab es denn jetzt hier ein Vorsignal? Das hier? Ist das ein Signal? Oh Gott. Ich habe keine Grundausbildung als Maschinenführer oder Lokführer getätigt in dieses Spiel. Gibt es gar nicht. Ja komm, alles gut bauen, 30 Meter hier vorm Ziel, das gibt es gar nicht. Ich werde diese Schalter, im nächsten Führerstand, ich werde diese Schalter ja proben. Durchgehend werde ich die. Jetzt kommen wir zwischendurch gleiche Anlagen, mit denen kann ich ja noch weniger anfangen. Das war ein Signal. Nee. Für mich war das ein Schild, wo ein orangener Kreis drauf war. Aber okay, Signal. Mein, oh mei, oh mei. Ich meine, dass das hier Signale sind, ist mir auch bewusst. Aber whatever, was das jetzt wieder für eine Bedeutung hat. Ich habe eigentlich ein Schild, wo du noch angesprochen hast. Komm, ich hoffe es. What? Was weiß ich? Das habe ich jetzt wieder von der Notbremse. Wir kriegen es heute irgendwie noch hin, habe ich das Gefühl. Warum jetzt der Notbremse war, ist es auch genau so genau, oder? Nein. Nicht so genau so genau. Ich will es sogar nicht wissen. Ich will, was dieses Run-Up ist. Ich habe so fast das Gefühl, das ist Notbremse. Obwohl das... Na gut, das wollte ich gar nicht auslösen. Ich habe so, es ist ein Anglicum. Alter, Alter, was für ein Vormotor, das gibt's gar nicht so was. Nee, 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 gute Arbeit Lokführer, das war eine Herausforderung, aber sie haben sich gut geschlagen, ich sehe es, minus 7700. Einteilung, Notbremse, 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 dann haben wir hier 1000 Mal, Notbremse, Notbremse, also an sich eigentlich alles nur 10.000 Mal, Notbremse, gut, meine Freunde, da muss ich trotzdem sagen, hat ja trotz allem Spaß gemacht, wir sehen uns dann bei der nächsten, ja, wenn ihr mögt, Däumchen, da lasen nicht vergessen und bis dann auch daran, tschüttülü.